Liebes Kindesge-Kind! Hör noch mal die Geschichte vom Findus und pass gut auf, was passiert. Nachher erfindest du und schaust mit der Mami zusammen, wie die Geschichte weitergehen könnte. Nimm es auf und schick es mir, der Frau Studer, mit dem Nattel von Mami. Viel Spass! Findus und der Hahn im Korb Der alte Petterson hatte ein kleines Haus mit Garten, Holzschuppen, Tischlerschuppen und einem Hühnerstall für seine 10 Hühner. Und er hatte einen Kater, Findus. Manchmal, wenn er nichts anderes zu tun hatte, ärgerte Findus die Hühner. Und dann jagten sie einander. Die Hühner waren Findus' zweitbeste Freunde. Sein erstbester Freund war Petterson. Eines Tages kam Petterson mit einem Pappkarton nach Hause. Er ging in den Hühnerhof und machte die Tür hinter sich zu. »Du bleibst besser draussen, Findus!« Petterson öffnete den Karton und etwas Grosses, Buntes kam herausgeflattert. »Hilfe, eine Eule!« schrie Findus. »Das ist doch ein Hahn, Dummchen!« sagte Petterson. »Er soll jetzt bei uns wohnen!« Der Hahn landete in einer Ecke des Hühnerhofes und sah sich misstrauisch um. »Wirklich? Wozu brauchen wir denn noch? Haben wir nicht schon genug Hühner?« fragte Findus. »Er hat mir leid getan.« Gustafsson wollte Suppe aus ihm kochen. »Und da habe ich ihn mitgenommen,« sagte Petterson. »Pass mal auf, wie die Hühner sich freuen!« Jetzt kamen alle Hühner angerannt, um zu sehen, was los war. »Guckt mal, wir haben einen Hahn gekriegt. Wie schneidig er ist,« gackerten sie. »Das wurde aber auch wirklich Zeit, Petterson. Genau so einer hat uns noch gefehlt.« Findus starrte die Hühner grimmig an. »Was hat euch gefehlt? Wer braucht denn einen Hahn? Ich habe noch nie in meinem Leben auch nur eine Sekunde lang einen Hahn gebraucht.« »Nee, du nicht,« sagte Petterson. »Aber diese trüdeligen Tanten brauchen jemand, der für Ordnung sorgt.« »Also hör mal, Alter,« sagte das Hühnbrill an. »Wenn hier einer trüdelig ist, dann du.« »Darum geht es überhaupt nicht.« In diesem Augenblick krähte der Hahn zum ersten Mal. »Ein kraftvolles, herrliches Krähen«, fanden die Hühner und Petterson auch. »Ein krähen, das durch Mark und Bein ging,« fand Findus. »Das war sehr schön,« sagte Petterson. »Ich finde, er soll Garuso heissen.« »Das war einer, der konnte auch so schön singen.« »Ich finde, er soll überhaupt nichts heissen,« sagte Findus mürrisch. Die Hühner klatschten Beifall. Dann versammelten sie sich um den Hahn und bewunderten ihn. Er fühlte sich geschmeichelt, regte sich und krähte noch einmal. »Petterson!« »Nun guck bloß, wie hübsch er ist und wie er sich vor den Hühnern reckt,« sagte Petterson stolz. »Wie ein Hahn!« »Po, hübsch der,« fauchte Findus. »Ich finde, er sieht dämlich aus.« »Guck mal, wie affig der geht!« »Hoffentlich regt er sich so, dass er in der Mitte durchbricht.« Der Hahn krähte wieder. »Guck, guck, guck, guck!« »Petterson, verbiete ihm das,« jammerte Findus. »Der darf nicht dauernd so schreien. Soll das jetzt immer so sein?« »Guck, guck, guck, guck!« »Du wirst dich schon dran gewöhnen,« sagte Petterson. »Ich finde, es klingt ganz nett, wenn er hin und wieder ein bisschen kräht. Sonst ist es hier so still.« Sauer und wütend sah Findus zu, wie alle Hühner hinter dem Hahn heranscharwenzelten. Er pickte in der Erde und zeigte ihnen, wo es zu fressen gab. Als ob sie das nicht selbst sehen könnten. Manchmal pickte er in der Erde, obwohl da gar nichts zu fressen war. Aber die Hühner freuten sich trotzdem. »Siehst du, wie er sie reinlegt?« zischte Findus Petterson zu. »Da ist er gar nichts zu fressen. So sind sie, die Hähne. Auf die kann man sich nicht verlassen.« »Wie willst du wissen, wie Hähne sind? Du hast doch noch nie einen Hahn getroffen.« »Man weiss doch, wie die sind,« murmelte Findus. »Einige Tage vergingen und nichts machte mehr Spass, seit der Hahn gekommen war,« fand Findus. Die Hühner hatten keine Lust mehr, mit ihm zu spielen, obwohl er sich immer wieder lustige Spiele für sie ausdachte. Wie zum Beispiel, als er Fia beim Fliegen helfen wollte. Er hatte ein Brett wie eine Wippe über einen Holzkolben gelegt und ein halbes Butterbrot auf den Teil des Brettes, der die Erde berührte. Dann kletterte er auf den Ast, der darüber ragte. Und als Fia sich auf das Brett stellte, um das Butterbrot aufzuessen, ließ Findus sich auf das andere Ende des Brettes fallen, sodass Fia mehrere Meter in die Luft flog. Findus fand das sehr witzig. So hoch war sie noch nie geflogen. Sie hätte sich doch freuen müssen. Aber sie freute sich kein bisschen, und daran war bestimmt der blöde Hahn schuld. Wenn er nicht angestimmt gekommen wäre und Findus ausgeschimpft und ihn weggejagt hätte, dann hätte Fia sich bestimmt schlapp gelacht, dachte Findus. So ging das die ganze Zeit. Sobald Findus dem Hahn zu nahe kam, jagte der ihn weg. Und die Hühner sagten keinen Pieps, um Findus zu verteidigen. Im Gegenteil. Und wenn Findus die Hühner jetzt mal jagte, tat er das nicht mehr nur aus Spass. Der Hahn zwackte ihn ordentlich, wenn Findus ihn nicht rechtzeitig entwischte. Das war überhaupt kein Spass mehr. Aber am schlimmsten fand Findus die Kräherei. Damit fing der Hahn schon an. Da war noch nicht einmal Findus aufgewacht. Und dann krähte er den ganzen Tag wieder und wieder und immer nochmal. Nach drei Tagen Kräherei dachte Findus, er würde verrückt werden. Zuerst versuchte er zu schreien, sobald der Hahn schrie. Aber davon wurde es auch nicht ruhiger. Da legte Findus alle Topfdeckel, die er finden konnte, in eine Blechwanne und zog sie auf den Hof. Als der Hahn wieder zu krähen anfing, fing Findus noch lauter an zu schreien. Und dazu rasselte er mit den Topfdeckeln in der Wanne. Es gab einen furchtbaren Lärm. Aber es geschah nichts weiter, als dass alle Hühner und Petterson angerannt kamen und sagten, Findus soll still sein. Du hast doch gesagt, früher war es hier zu still, schrie Findus. Das ist ungerecht. Er darf so viel schreien, wie er will. Aber ich darf nicht einmal singen. Der Hahn krähte. Puckuckuckuck! Still! Puckuckuckuck! Still! Still! schrie Findus. Sag ihm, dass er aufhören soll, Petterson. Sag ihm das. Sonst ziehe ich aus. Und dann lief er ins Haus und hinauf auf den Dachboden und kroch in eine geheime Kiste und hielt sich die Ohren zu. Er war so traurig, dass er nicht wusste, was er tun sollte. Und der Hahn krähte weiter. Puckuckuckuck! Puckuckuckuck! Jetzt war Petterson auch bekümmert. Es war nicht schön, dass Findus traurig und ständig schlechter Laune war. Und ausserdem wurde ihm das Gekrähe allmählich auch zu viel. Hähne krähen nur hin und wieder ein bisschen. So hatte Petterson sich das vorgestellt. Aber dieser hier war ja geradezu hysterisch. Und es wurde nicht besser davon, dass Findus versuchte ihn zu übertönen. Abends, als die Hühner schlafen gegangen waren, kam Findus aus seiner Kiste heraus. Mürrisch und matt setzte er sich neben Petterson in die Friederlaube. Seitdem Petterson den Hahn mitgebracht hatte, war der frühe Abend die allerschönste Zeit am Tag. Dann waren Findus und Petterson allein. Sie sassen da und genossen die Stille. Nur die Schwalben zischten über sie hinweg. Hoffentlich hält er jetzt den Schnabel, knurrte Findus. Es war himmlisch still. Weit entfernt brüllte nur eine Kuh. Ihr beide vertragt euch wohl nicht besonders gut, fragte Petterson nach einer Weile. Nicht besonders, sagte Findus. Muss er nun immer hier bleiben? Wir sollten es doch noch eine Weile versuchen. Ich werde ihm sagen, dass er nicht so oft krähen soll. Einmal am Tag reicht, fand Findus. Das macht er wohl nicht mit. Hin und wieder ein bisschen krähen muss er schon dürfen. Morgen sehen wir weiter. Am nächsten Morgen machte Findus einen Spaziergang in den Wald. Plötzlich hörte er etwas. Und er traf einen Fuchs. Findus erzählte dem Fuchs, was bei ihm zu Hause los war. Seine ganze Geschichte mit dem krärenden Hahn. Und jetzt, was denkst du, was passiert, wenn Findus mit dem Fuchs zusammen alles sich überlegt, was sie machen könnte? Verzähl die Geschichte Mami und sie sollen sie aufnehmen und mir nachher schicken. Ich freue mich schon auf ganz viele Geschichten, die Findus, Frau Birnbaumer und ich von euch hören werden. Tschüss miteinander. Tschüss miteinander. Tschüss. 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 Tschüss.